Hallo Tortuga, hier stehen wir bzw. Reimer steht gerade auf euren Schiffen, die wir verschütten zu euch und zwar jetzt im September, dass die rechtzeitig da sind für euch. Ihr habt es glaube ich schon ein bisschen mitgekriegt, weil irgendjemand schon ein kleines Regelvideo geteilt hat bei euch und wir wollten jetzt nochmal offiziell sagen, wir freuen uns auf euch. Für einmal kriegen wir die Sachen überhaupt besser hin. Jetzt müsst ihr die Tortugauga fragen, weil die machen das noch nicht, weil die sind nämlich nicht geil, helfen uns dabei. Und insofern danke. Ja, das ist geil. Und Liebe. Und noch mal so ein Herz. So beautiful. Bis dann. Ahoy. Danke schön. Und noch mal. Für euch. Auf geht's, wenn wir.